Ja, eingeladen hat Frank Tempel zu diesem Abend, wenn ich das richtig sehe, der drogenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke. Wird man das eigentlich freiwillig drogenpolitischer Sprecher oder kriegt man das aufgedrückt, weil sowieso kein anderer sich mit dem Thema Ärger machen will? Das ist ein heißes Thema, das war eine Kampfabstimmung. Also wir hatten zwei Bewerber, es gibt sicherlich mehr, die sich dafür interessieren. Es waren unterschiedliche Ausgangslagen bei den einzelnen Bewerbern. Einer, der sich bei uns mehr mit Außenpolitik beschäftigt, ist ja auch durchaus ein Feld, in dem man Drohungpolitik betrachten kann. Der Nima Muffas hat, hat sich beworben, das Thema zu bearbeiten. Ich habe es aus meiner Erfahrung heraus, meiner früheren Tätigkeit bei der Polizei heraus machen wollen, weil ich auch gerade in dem Bereich Drogenrepression tätig war, aber schon als Polizist häufig an Podiumsdiskussionen teilgenommen habe, weil ich als Polizist eben damals zu der Auffassung gekommen bin, dass man Cannabis entkriminalisieren müsse. Das fand man relativ interessant, wenn ein Polizist das sagt. Und deswegen war ich schon im Vorfeld häufig in Thüringen vornehmlich zu Diskussionen eingeladen worden. Und ja, ich hatte eigentlich vor, mich mit diesem Hintergrundwissen dann auch in der Fraktion einzubringen, was ich da alles noch dazulernen muss, habe ich da noch nicht gewusst. Also eine Kampfabstimmung gewonnen. Die Linke ist in ihrem politischen Ansatz in diesem Bereich ja geradezu ein Solitär. Also das heißt, die Vorschläge sind umstritten und werden ja auch innerhalb der Partei ziemlich heftig diskutiert. Es geht auf den Punkt gebracht um die Forderung, langfristig alle Drogen zu legalisieren. Das ist dann kulminiert auf der Debatte auf dem letzten Parteitag, auf dem ein Absatz ins Parteiprogramm aufgenommen wurde, der dann doch für bei einigen ziemlich Verwirrung, bei anderen, die waren ganz froh darüber, dass das geklappt hat und geschafft wurde. Und sagen wir mal, der Kernsatz war oder ist in diesem Absatz, wir treten daher für eine rationale und humane Drogenpolitik ein, was eine Entkriminalisierung des Drogenkonsums und langfristig eine Legalisierung aller Drogen beinhaltet. Frank, wenn die Linke eine humane und rationale Drogenpolitik fordert, heißt das ja am Umkehrschluss, die gegenwärtige Drogenpolitik ist inhuman und irrational. Ist das so? Warum? Ja. Warum? Also es ist ja ein Thema, bei dem doch sehr, sehr weit Unwissenheit oder falsches Wissen verbreitet ist. Das hat auch die Ursachen, dass sich mit dieser Thematik, also das Wissen ist ja vorhanden, aber es beschäftigen sich sehr wenig Leute damit. Entweder sind sie selber als Konsumenten mit der Thematik betroffen oder irgendwie in der Suchtarbeit als Mediziner, teilweise auch als Wissenschaftler. Aber so die breite Masse in der Bevölkerung beschäftigt sich doch relativ wenig damit. Auch die Politik recht wenig damit. Man hält sich gern an althergebrachten Weisheiten, die so seit 40, 50 Jahren halt immer wieder wiederholt werden, auf. Aber man beschäftigt sich nicht. Die Kommunikation ist auch ziemlich dünn zwischen Politik zum Beispiel und der Fachwelt. Ich war jetzt vor kurzem in Hamburg, dreitägige Tagung der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Ich war aus Landes- und Bundespolitik der einzige Vertreter. Das ist am zweiten, ersten Tag konnte ich so ein bisschen inkognito bleiben. Am zweiten Tag in den Fachforen ist das dann aufgefallen. Wir haben uns darüber unterhalten und ich habe denen auch so ein bisschen eine Mitschuld dafür gegeben. Also man muss schon auch erzwingen, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, dass man gerade auch mit den Entscheidungsträgern in der Politik mehr ins Gespräch kommt. Das, was wir als Fraktion aber auch über den Parteitag gemacht haben, war eigentlich genau das. Wir wollen eine Diskussion erzwingen. Das heißt, wenn wir das richtig finden, dass man in der Drogenpolitik neue Wege sucht, dann muss man das zu einem Thema machen. Das ist also das Allererste. Dann kann man in den Details auch noch unterschiedlicher Meinung sein. Dann kann man sich darüber auch streiten. Aber es muss ein Diskussionspunkt werden. Also ich habe überhaupt kein Problem, dass viele Genossen auch gesagt haben, Herrgott, was ist denn jetzt mit unserer Partei passiert? Aber die Folge ist ja, dass ich jetzt quer durch die Bundesrepublik reisen darf und gerade den Genossen versuche zu erklären, was wir damit eigentlich wollen. Dass es keine Spaßsache ist, um jetzt ein paar Konsumenten zusätzlich als Wähler zu gewinnen, sondern es ist sehr ernste gesundheitspolitische Hintergründe sind, in der Fachwelt anerkannte Gründe, die es einfach notwendig machen, hier umzudenken. Gerade weil halt die aktuelle Drogenpolitik doch sehr inhuman ist, sehr viele Nachteile für sehr viele Menschen bringt. Also nicht bloß für eine kleine Randgruppe, wie mancher Laie dann auch denkt, sondern doch für eine recht große Gruppe massive Nachteile bringt, zusätzliche Risiken bringt. Und ja, wenn wir, es ist schon ein bisschen provokativ, wir haben darüber diskutiert, bringen wir das ins Programm rein oder nicht. Das erste, was wir gemacht haben, ist zu checken, haben das andere Parteien? Haben die irgendeine Aussage drinne zur Drogenpolitik? Ja, bei den Grünen haben wir was gefunden, haben sich aber alle daran gewöhnt. Da kam aber auch in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so viel auch an Aktivität. Hat sich auch mittlerweile wieder etwas gebessert. Und das hier zeigt aber, wie nützlich es ist, wenn man auch diese Reizpunkte setzt. Also es wird insgesamt in Deutschland die GdP in Nordrhein-Westfalen, Gewerkschaft der Polizei. Ich habe ein großes Plakat an meiner Bürotür im Bundestag, da steht, neue Wege in der Drogenpolitik. Das ist ein Plakat von der Gewerkschaft der Polizei. Ein Polizeidirektor ist in die Schlagzeilen geraten, weil er darüber auffordert, dazu auffordert, über die Legalisierung von Drogen nachzudenken. Das ist auch dadurch entstanden, auch durch diesen Medienhype nach dem Parteitag, dass man halt darüber wieder diskutiert. Das haben wir gewollt und ja, das funktioniert erstmal ganz gut. Und wenn du jetzt da so rumreist und mit den Genossen diskutierst, welche Sorgen machen die sich denn? Die Sorgen, die sich fast alle machen, bis hin, sage ich mal, zu Gregor Gysi und Ähnlichem. Erstens tut es unserer Partei gut, das Thema überhaupt zu nehmen. Zweitens ist es ein linkes Thema. Und dann, was passiert? Wenn wir, das ist ja so eine kleine Krankheit auch unter den Genossen, wir gehen immer davon aus, alles, was wir fordern, wird demnächst auch Realität. Das fände ich ja nicht schlecht, aber so gehen die auch an die Frage ran. Also die Linke will das jetzt, was haben wir dann bald hier? Und da sind das, was ich von mit Vorurteilen meine. Also wenn das mit der Legalisierung kommt, dann haben wir bald sehr viel mehr Konsumenten, dann haben wir mehr Drogentote im Land und dann wird das Problem Heroin, Kokain, Crystal, Ecstasy genauso schlimm wie heute Alkohol oder Nikotin. Auch in den Folgen für das Gesundheitssystem, für die Gesellschaft. Die Angst ist da und genau mit der setzen wir uns dann in den Veranstaltungen zusammen. Und ich finde das auch sehr gut. In Coburg zum Beispiel war ich vor kurzem, da waren halt eben welche bei, die selbst als Betroffene das diskutieren, die es kennen, kriminalisiert zu werden, weil sie Cannabis konsumieren. Übrigens Coburg nutzt auch einen Livestream, eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Weil aus dieser Veranstaltung hat sich gleich mal eine nächste in Köln ergeben, von jemand, der zugeguckt hat. Und dann waren aber gleich noch auch Leute da, die gesagt haben, ja, wir sehen das eigentlich jetzt nicht so lustig, was ihr da macht. Und wir finden das nicht gut. So ein älteres Paar, ich weiß nicht, ob die zusammengehörten, aber fand ich auch gut. Die haben sich auch getraut, auf der Veranstaltung zu sagen, also wir haben da große Fragezeichen. Also eigentlich spiegeln die, wenn ich das so richtig wahrnehme, die Ängste, die auch allgemein in der Gesellschaft vorhanden sind, wenn es darum geht zu sagen, legalisieren. Ihr wollt ja oder sagt ja, dass es im ersten Schritt auch notwendig wäre, darüber zu diskutieren, dass man die Unterscheidung zwischen harten und weichen Drogen aufhebt. Warum sollte man denn das tun? Ja, weil es dann denkt man, also für mich ist das eine völlig überholte Gleichschalterei, aber eine Gleichschalterei, wo man eine Grenze einfügt. Auch das, was an harten Drogen bezeichnet wird, ist nicht alles gleich gefährlich. Keiner beschäftigt sich ernsthaft damit, was welche Substanz tatsächlich bewirkt, welche Risiken sie birgt und welche Auswirkungen sie auf den Körper hat. Gleichzeitig glauben manche, dass mit den weichen Drogen eigentlich keine echte Gefahr vorhanden ist. Und ich warne durchaus davor, auch zum Beispiel Cannabis, so eine klassische weiche Droge, als harmlos einzustufen. Wir haben hier in Berlin die kleinste Klinik Europas besucht. Zweimal waren wir da schon. Beim ersten Mal allgemein, weil wir wussten, da wird auch kalter Entzug praktiziert, hauptsächlich sogar. Und gleich beim ersten Mal haben wir erfahren, ansteigend auch von Cannabiskonsumenten, Cannabisabhängigen. Da habe ich mich auch mal ernsthaft damit beschäftigt. Abhängigkeit, Cannabis habe ich auch nicht so in Verbindung gebracht. Ist auch ein ganz anderes Risiko, wie jetzt bei den härteren Drogen, aber auch das kommt vor. Und da gibt es mir durch diese Begriffe harte und weiche Drogen zu sehr eine Verwischung. Man muss jede Substanz so bewerten und so betrachten, wie sie speziell wirkt und nicht solche künstlichen Grenzen einfügen. Also die Grenzen prüfen auch mit harte und weiche Drogen und dann gibt es auch noch Alkohol. Bis hin zu Leuten in der Suchtbetreuung. Ich hatte in der Podiumsdiskussion vor kurzem einen trockenen Alkoholiker, der praktiziert Suchthilfe. Der sagte so sinngemäß, wenn man Alkohol nimmt und nicht übertreibt, wie er es getan hat, dann kann man das auch als Genussmittel betrachten, aber von Drogen wird man krank und süchtig. Das sind so die Grenzen, legal und illegal, hart und weich. Das bringt einfach falsche Rückschlüsse und das hilft nicht. Aber was ist denn nun links daran? Also warum ist das, warum sagst du jetzt, das ist aber auf jeden Fall ein originär linkes Thema? Es gibt bestimmt auch welche, die sagen, das wäre auch grün. Aber für mich ist das natürlich linke Politik, ich definiere ja linke Politik ein Stück weit, wie ich sie verstehe. Das heißt, auf den Menschen bezogen, also direkt den Menschen auch im Mittelpunkt haben. Das heißt, auf Hilfe sitzen, auf Aufklärung setzen, auf Prävention setzen, aber auch den Menschen als Individuum auch zu akzeptieren und nicht von oben herab mit Verboten irgendwas auf einfache Art und Weise versuchen, aus der Welt zu schaffen, am Menschen praktisch vorbei. Ein Verbot geht am Menschen vorbei, sondern versucht pauschal ein Problem einfach so aus der Welt zu schaffen. Und das ist für mich links, wenn man sich den Weg auch ein bisschen schwieriger macht und sagt, wir wollen schon den Menschen an sich auch dann in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Deswegen sage ich links und deswegen sagen dann andere, das ist grün. Aber es gibt ja auch linke, grüne, die dürfen das dann auch so sehen. Genau, es ist ja auch nicht schlimm, wenn es sich so vermengt. Ich hatte am Anfang übrigens vergessen zu sagen, wir hatten vor, dass wir Sie und euch erstmal ein kleines bisschen von hier vorn zureden, aber das soll nicht die ganze Zeit so sein. Aber ich wollte so ein bisschen, dass wir mal einen Input geben und dann geht es aber auch in die Diskussion. Also nicht, dass das hier als Frontalunterricht nur genommen wird. Nur der Anfang. Ich habe deiner Biografie, deiner Berufsbiografie entnommen, dass du nicht immer diese Auffassung warst, die du jetzt vertrittst, sondern dass es ein Lernprozess, ein Erfahrungsprozess war. Auf welche Erfahrungen oder welche Erfahrungen waren denn da so prägend, dass sich das bei dir gewandelt hat? Das war erstmal als Jugendlicher, habe ich natürlich auch Alkoholkranke gekannt. Auch in den verschiedensten Formen, also von dem, der permanent trinkt bis hin zum, ich hatte einen sehr guten Klassenlehrer, der praktisch Gelegenheitstrinker war und kannte halt die Situation auch, wie er damit umgeht. Das war so die einzige Suchtform eigentlich, die ich kannte. Nikotin habe ich damals, habe ja auch eine Zeit lang geraucht. Nicht so als solches betrachtet, habe mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Dann war ich nach 1990 mal für ein Jahr Sozialarbeiter. Da haben wir einfach so, wenn man so ein Sozialprojekt macht, dann hat man auch mit Drogenpolitik zu tun, also mit Drogenaufklärung, Prävention. Das heißt, wir haben uns aus dem Westen jede Menge Flyer besorgt zu dieser Thematik und haben das dann auch mitgemacht. Ein bisschen an Schulen, bisschen Aufklärungsarbeit im Ethikunterricht zum Beispiel gemacht und erzählt, was es da so alles gibt, ohne wirklich davon Ahnung zu haben. Haben aber auch zum Beispiel in der Betreuung einen Glücksspielkranken gehabt, einer der arge Probleme mit diesen Geldspielautomaten hat und haben den mitbetreut. Und da habe ich erstmal auch, das hätte ich vorher nie als Krankheit begriffen. Und da bin ich richtig ernsthaft mal mit den Problemen Sucht oder Abhängigkeit als Krankheit beschäftigt gewesen. Über einen schon längeren Zeitraum. Dann hatte ich eine Weile eher nichts damit zu tun und dann ja bei der Polizei ein relativ hoher Aufwand. Die Drogenkriminalität geht plötzlich hoch, wenn man so eine Truppe von 15 Leuten damit beauftragt, einfach mal durch die Gassen zu ziehen zu dienstuntypischen Zeiten, also wo die Kripo sonst nicht arbeitet, also am Wochenenden, an den Abenden und fleißig Jugendliche zu kontrollieren. Das geht dann los bei denen mit Rasterzöpfen. So als Fokus, dass die immer dafür gut sind. Haben wir ganz schnell gelernt, dass das kein Kriterium sein kann, dass man da auch mal falsch liegen kann. Aber wir hatten dann schon einen ganz guten Blick. Nur mal so, ich hatte dann nach diesen drei Jahren so, dass ich, wenn ich zehn kontrolliert habe, durchaus acht beigehabt habe, die was hatten. Also man kriegt da schon ein Auge dafür. Aber es sind auch immer dieselben Pappenheimer und dann kommen wir zur Situation, da ist dann einer, der fährt zu einer so Mondsteine, Mond, Sterne, Sonne oder wie die Fäden alle heißen. Das ist nicht meine Musikrichtung, aber Sonne, Mond und Sterne hieß das. Genau, Sonne, Mond und Sterne. So und dann haben ihm seine Kumpels alle gesagt, um da drei Tage durchfeiern zu können, da braucht man auch mal so ein paar Pillen, die man dann mitnimmt. Die hat er auch mitgehabt. Er wusste noch überhaupt nicht, ob er die nehmen sollte. Ich habe ja über 500 Vernehmungen in dem Bereich gemacht. Ich habe die Geschichten mir auch angehört. Also nicht bloß, hast du was genommen, hast du was besessen und von wem hast du es gekauft, sondern wann ging denn das los, in welchen Historien hast du das genommen, was hast du so genommen und auch ein bisschen versucht, so die sozialen Hintergründe. Ja und der hatte zum Beispiel seine, ich weiß nicht mehr, zwei oder vier Pillen einstecken. Strafanzeige ist dann gebucht. Die hat man, egal was daraus wird. Ein Wochenende später hätte er ein Einstellungsgespräch, ein Bewerbungsverfahren bei der bayerischen Polizei gehabt. Diese Karriere ist in dem Moment mit dieser Anzeige beendet gewesen. Da bekommt man als vernehmender Beamter durchaus, wenn man so ein bisschen soziales Gewissen hat, auch Fragen. Es gab auch andere Beispiele. Wir haben mal durch eine recht gute Ermittlungsarbeit, hatte ich eine gute Aktie auch dran, Altenburg auch mal für einen gewissen Zeitraum mit Cannabis trockengelegt. Altenburg ist die Kreisstadt, wo ich wohne. Es gab bei der Polizei auch eine Telefonüberwachung in anderen Verfahren, zu anderen Rausschriftbereichen. Ein ermittelnder Beamter, der das Verfahren hat, hat mir dann mal ein paar Mitschnitte zu hören gegeben. Da kamen dann zum Beispiel Anfragen von Jugendlichen nach Cannabis. Da wurde gesagt, das gibt es zur Zeit nicht. Wir können dir verbilligt und dann wurde Crystal und Ecstasy angeboten. Ich weiß, ich wusste auch damals schon, dass das eigentlich nicht der Sinn des Ganzen war, was wir da eigentlich auf der Straße machen wollen. Und dann kommt eins dazu, ein Punkt, wo durchaus nicht wenige Polizisten Fragen kriegen, was man da eigentlich mit dieser Repression macht. Das hieß direkt bei uns Konsumenten schütteln. Ich sage das mal so ganz deutlich. In der Phase, wo wir auch das hauptsächlich gemacht haben, ist es gut gewesen, dass wir auch mal 100 Aktenzeichen im Monat hatten. Davon sind aber gut 95 wieder eingestellt worden. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Aufwand betrieben. Das sind auch aufgeklärte Verfahren. Die sind immer gut für den leitenden Direktor. Die kann er sehr schön abrechnen. Aber der Staatsanwalt stellt das wieder ein und man tut an dieser eigentlichen Problematik überhaupt nichts ändern. Man hat einen gewissen Teil kriminalisiert, man hat auch positive und negative Effekte völlig übereinander geschmissen und eigentlich verändert man an der ganzen Sache über nichts. Und als Polizist werde ich so geimpft mit dieser Sache. Staatliches Handeln muss verhältnismäßig sein. Also geeignet, erforderlich und angemessen. Und wenn ich schon die Geeignetheit des Verbotes von solchen Substanzen prüfe und dann vergleiche, was ich in der Praxis gemacht habe, dann komme ich ja schon bei dieser Geeignetheit in erhebliche Gewissenskonflikte schon. Und so war das, dass ich zumindest beim Cannabis, heute weiß ich ja, wenn man so die Publikationen liest, die einen sagen drei, die anderen dreieinhalb, andere vier Millionen Konsumenten, dass dieses Verbot, zumindest beim Cannabis erstmal, vollkommen wirkungslos ist. Wenn man dann noch viele Studien kennt, dass eine Legalisierung gar nicht mehr Konsumenten bedeuten würde, dann ist also praktisch fast kein Effekt durch das Verbot. Vorgegeben wird ja, dass man Cannabis aus der Welt schaffen könnte, wenn man es verbietet oder zumindest sehr stark in einer Verbreitung reduzieren könnte. Wenn das aber definitiv in einem langen Versuch nicht erfolgt, dann ist es eigentlich ungeeignet und da muss man nach neuen Wegen suchen. Deswegen die Polizeigewerkschaft in Nordrhein-Westfalen fordert neue Wege in der Drogenpolitik. Und dann kam die Arbeit hier in der Fraktion dazu. Und dann beschäftigt man sich plötzlich mit gesundheitspolitischen Themen. Drug-Checking, Substitution und dann kriegt man sehr viel mehr mit. Dann beschäftigt man sich mit der Frage Drogentote. Welche Nebenfolgen, Nebenwirkungen kommen denn durch das Verbot? Da geht es um Hygiene, da geht es um späte oder gar keine Erkennung schwerster Krankheiten, E, C, Hepatitis. Das gehört dann plötzlich alles mit dazu. Dann bekommt man mit, welche Wirkungsweise Druckräume haben können, also Konsumräume, wo die hingehen können. Dann kriegt man mit, welche Probleme es durch die Kriminalisierung geht, wenn zum Beispiel im Winter einer in so ein Obdachlosenheim, haben wir auch schon besucht, für Suchtabhängige kommt. Also der kommt dorthin, weil er abhängig ist. Aber wenn er konsumieren will, das dürfen die bei sich im Haus nicht dulden, dann müssen die den rausschicken bei 20 Grad minus. Und das sind einfach viele Probleme, die sehr viele Fachleute kennen, wo die sagen, also das Verbot an sich, die Kriminalisierung dieser Substanzen führt dazu, dass gerade die Konsumenten noch einer erheblich höheren Gefahr, auch durch die Streckmittel zum Beispiel, einer höheren Gefahr ausgesetzt sind, als eh diese Substanz schon ist, die ich um Himmels Willen nicht selbst als harmlos betrachten möchte. Du redest also eigentlich einer sozusagen Gefahrenabwendung, das Wort. Also um mal zu sagen, ich glaube die Zahl ist 84 Prozent des Geldes in der Drogenpolitik werden für Strafverfolgung ausgegeben, also nicht für Prävention und nicht für Hilfsangebote und und und. Das klingt ja schon mal so, dass man denkt, ja ein Paradigmenwechsel wäre da doch großartig, wenn man das ganze Geld in was anderes stecken würde, dann wäre doch alles gut, aber wäre dann alles gut? Also widmet man das um, dieses Geld? Es wäre ein besserer Weg. Was man damit nicht verwechseln darf, ist, dass man jetzt glaubt, okay, wir klären jetzt alle besser auf, wir informieren alle besser, wir verbieten das nicht mehr, aber die Leute wären in kurzer Zeit so klug, dass es dann die Substanzen deswegen nicht mehr gibt, weil alle sagen, das ist schlecht, das nehme ich nicht. Wenn das so wäre, es gibt ja auch andere Sachen, wir wissen durchaus, dass Alkohol nicht unbesonders gut ist, aber da sind auch diese Vorurteile. Wer Drogen nimmt, hat Probleme, hatte ich in Coburg letztens dieses Argument. Also das ist ja nur, wir müssen auch die sozialen Probleme beseitigen und dann verschwinden diese ganzen Drogen, die es da so gibt auch. Dann habe ich gesagt, und du trinkst gerade ein Bier, hast ein Problem. Ja, das ist aber so. Also diese Sachen, die da auch aufgebaut werden, die man mit vor sich hinschleppt. Also man muss schon akzeptieren, dass es immer Menschen gibt, die das Risiko glauben, für sich in Kauf nehmen zu können. Das ist erstmal, deswegen redet man ja auch von einer akzeptierenden Drogenpolitik. Also ich bilde mir nicht ein, dass man mit diesem anderen Weg jetzt komplett diese Drogen wegkriegt oder auch im erheblichen Maße im Konsum runterbekommt. Aber ich möchte, oder wir möchten was anderes erreichen. Zum Beispiel, dass diese zusätzlichen Risiken weggenommen werden. Dass, wenn man von einer Legalisierung spricht, heißt das ja bei mir auf keinen Fall, dass das jetzt überall völlig ungehemmt zu haben sein soll. Sondern bei mir heißt das schon, dass andere Gesetze dann durchaus auch greifen können. Wie zum Beispiel so etwas ganz Banales wie Verbraucherschutz. Also wenn ich etwas kaufe, dann habe ich zumindest die Gewährleistung, dass ich genau weiß, was ist da drin, in welcher Zusammensetzung ist es drin, in welcher Dosierung ist es drin. Und das natürlich auch dazu mit dem Verkauf, das kann man durchaus machen, gibt es ja bei anderen Sachen wie Arzneien, wie Tabak zum Beispiel, dass es auch eindeutige Hinweise auf das Gefährdungspotenzial mit dabei gibt. Dann kann man auch noch über andere, das will ich jetzt nicht zu sehr ausbreiten, über andere Modelle nachdenken, wie man das machen kann. Aber dass man zumindest, wenn man mal nach Portugal guckt, wo man da schon ein Stückchen weiter ist als wir, guckt, ja dann kann man zum Beispiel gerade die Verbreitung schwerster Krankheiten, die Todesfälle gerade durch begleitende Umstände, die sind ja wesentlich schwerwiegender und in einer höheren Anzahl als die durch die eigentliche Substanz, da kann man durchaus was machen. Also man kann hier doch ein Stück weit Schadensminimierung, man spricht ja von Harm Reduction in der Fachwelt dann, also Schadensminimierung kann man durchaus durch eine andere Politik betreiben. Und da bin ich mir sicher, sogar im erheblichen Maß. Aber ihr geht nicht so weit oder doch den Konsum von Drogen sozusagen geradezu als eine individuelle Entscheidung, ein Recht, das jeder für sich in Anspruch nehmen kann, jeder für sich entscheiden kann, wie beispielsweise das Recht auf Freitod. So weit geht der Satz mit der Legalisierung nicht. Oder doch? Ja, sag ich mal so, das ist nicht mein Schwerpunkt. Ich weiß, dass viele, die in einer ähnlichen Richtung arbeiten wie ich, durchaus das auch so sehen. Ich halte diese Substanzen tatsächlich nicht für gut und wünsche mir natürlich, dass möglichst wenig Leute das nehmen. Ich selber habe durchaus eine Abneigung dagegen, die Kontrolle über mich selbst zu verlieren. Deswegen nehme ich auch das, was legal ist, in sehr begrenzten Maßnahmen. Aber ja, ich halte das Verbot für falsch. Ja, die Selbstschädigung, das müssen meine Ärztin fragen. Also es gibt durchaus einiges, was ich zu mir nehme, was für mich gar nicht gut ist. Das geht durchaus bei der Ernährung los. Aber trotzdem ist es meine Entscheidung, ob ich weiter fettiges Wellfleisch esse oder nicht. Und da gibt es ab und zu schon weniger. Aber ja, wie gesagt, auch selbst die Selbsttötung, ein sehr dramatisches Ereignis und definitiv ungesund, ist nicht strafbar. Also auch dann der Versuch ist nicht strafbar. Da gibt es schon Sachen, dass man das auch ein bisschen in Einklang bringen muss. Die Selbstschädigung kann vom Prinzip her nicht strafbar sein. Also davon bin ich überzeugt. Aber ich finde, dass eine Selbstschädigung trotzdem nicht gut ist. Gut, das ist doch klar. Mal kurz ins ganz Praktische. Langfristig ist ja ein dehnbares Rot. Langfristig. Also ihr habt euch da logischerweise auf keinen Zeitraum, zumal es ja verlangte, dass es sozusagen geradezu auch einen Politikwechsel gäbe. Und wo soll der gerade herkommen? Das ist schon klar. Aber die Frage, wenn man den Drogenkonsum legalisiert, lässt sich das dann eigentlich so einfach trennen von der Drogenproduktion und dem Gewinnstreben, was damit verbunden ist? Das heißt, wenn ich den Konsum legalisiere, mache ich dann nicht eigentlich auch geradezu, würde ich dann nicht ein Gesetz machen, auch für diejenigen, die damit richtig ordentlich Geld verdienen? Das ist eine sehr wichtige Frage dabei. Das stimmt. Weil, also ich habe ja auch damit angefangen zu sagen, Cannabis, Konsum, also viele sagen ja, Konsum ist nicht strafbar in Deutschland. Die Jugendlichen haben ziemlich dumm geguckt, wenn sie ein Gramm bei hatten, kriegen von mir eine Anzeige und sagen, der Konsum ist doch nicht strafbar. Ich sage ja aber bis jetzt schon. Das geht halt bei einem Joint in der Tasche schon los. Ist schon von einer Rechtsprechung eine ziemlich irre Sache eigentlich. Zumal dann auch noch die Anzeige kriegt man sofort. Aber ob es tatsächlich ein Verfahren gibt, ist in Nordrhein-Westfalen eine ganz andere Sache wie in Bayern. Aber nur mal so nebenbei. Ja, aber dann ist es so wie das Wasserrad. Das geht immer weiter. Und wenn man das eine zu einer Erkenntnis kommt, dass es notwendig ist, kommt immer der nächste Schritt, der damit dazu gehört. Deswegen auch langfristig. Ja, also wenn ich sage, der Konsum an sich muss strafbar sein, dann muss ich auch dazu kommen, dass der Besitz in einem gewissen Maße straffrei ist. Wenn der Besitz straffrei ist, dann muss ich natürlich auch irgendwo die Möglichkeit her haben, das zu bekommen. Das ist einfach eine Sache. Habe ich interessanterweise mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, den habe ich, als ich dieses Plakat gesehen habe, gleich mal besucht, haben wir genau dieses Spiel gemacht. Er kam lustigerweise genau zu einem Modell, ich nenne es immer Apothekermodell, was ich dann nur so als Vorschlag, da gibt es ja sehr verschiedene Varianten, wie man das dann lösen kann. Aber eins bringt das andere mit, wenn ich jetzt den Verkauf überhaupt nicht regulieren würde. Da ist ja auch, wo unsere Chefs in der Partei noch ein bisschen so die Ängste vorhaben, wie man das dann macht. Wo gleich kam, die Linke will, dass es bei Aldi Heroin gibt. Das sind die Sachen, ja man muss sich dann ernsthaft darüber Gedanken machen, die Streckmittelproblematik, dieser fehlende Verbraucherschutz, selbst bei Cannabis zum Beispiel in Leipzig, über 100 Bleivergiftungen, völlig irre, also wesentlich gefährlicher als eigentlich das eigentliche Kraut, was da konsumiert wird. Das ist eine Frage, dass man das dann nicht mit regelt. Also man muss diesen Schritt dann auch, aber Schritt für Schritt, die Gesellschaft muss mitgenommen werden. Keiner kann sagen, wie schnell das geht, weil gerade das Wissen relativ gering ist. Es gibt erste Mittel, erste Wege, die kann man sofort anfangen. Cannabis wird zum Beispiel in weiten Teilen, kann medizinische Anwendungen beinhalten. Da kann man natürlich sofort was machen. Die Cannabis-Legalisierung insgesamt ist ein Schritt, der bei entsprechenden Mehrheiten in der Politik relativ schnell auch in der Bevölkerung akzeptiert werden könnte. Wenn man an Stoffe wie Kokain und Heroin ran will, dauerhaft dauert das sehr lange. Ich empfinde mich zutiefst als Demokrat. Das heißt, ich muss die Bevölkerung, selbst wenn ich das richtig finde, ich muss die Bevölkerung auf diesen Weg mitnehmen und muss auch dann entsprechende Ressourcen in Aufklärung, in Bildung legen. Ja und dann kann auch mal dazu Geld in die Hand genommen werden. Es wird so viel für Werbung und alles mögliche rausgegeben. Ich habe gerade zum Beispiel zum Thema Rechtsextremismus, Rassismus durchaus gute Fernsehspots schon gesehen. Auch zu diesem Thema kann man Aufklärung betreiben. Zu diesem Thema kann man auch Werbung betreiben. Wichtig ist auch, dass man die Ressourcen, gerade in personelle Ressourcen, in vier Aufklärungsprojekte steckt und nicht so Pilotprojekte, die mal einen gewissen Zeitraum laufen und dann wieder weg sind, sondern dass auch eine Kontinuität ist. Deswegen langfristig und dann sind die Sträte und ja und dann muss man bis hin zur letzten Substanz entscheiden, wie man dann einen legalen, sauberen Bezug ermöglicht für die, die unbedingt halt der Meinung sind, sie müssen dies konsumieren. Wobei das schon auch stark kontrolliert und geregelt sein müsste nach meiner Auffassung, weil ich möchte genau diese Substanzen komplett aus der Prohibition raus haben und damit einen illegalen Markt komplett wegnehmen. Wenn man sich das, wir kennen fast alle den Film, das war einmal in Amerika, da gibt es diese Szene, wo dann die Prohibition zu Ende ist und wir kennen das alle aus den Geschichtsbüchern, da sind richtig große kriminelle Strukturen, nicht alle, aber doch viele, komplett zusammengebrochen, weil ein Markt komplett weg war. Und ja, ich habe das auch manchmal schon recht provokativ auch in anderen Bereichen gesagt, ja, was macht eure Mafia, wenn dieser Markt, also wenn man sagt, das ist der Hauptmarkt bei denen, komplett wegbricht und dann muss man auch gucken, was gerade in Afghanistan, was in vielen Ländern passiert ist, was da mit dem Drogenhandel auch gemacht wird. Dass das auch sehr viel ist, dass man sagt, mit dem Opium zum Beispiel in Afghanistan, dass das durchaus bewusst war, wenn sich die Taliban mit dem Opium finanzieren können, dann müssen die Amerikaner nicht so viel Geld reinstecken, wenn es gegen die sowjetischen Tropen gehen soll. Und das ist auch alles, was mit den internationalen Geschäften eine Rolle spielt. Wenn ich gucke, was in Mexiko passiert, da ist ein gewaltiges Kartell, was eine Macht im Staat mittlerweile ist, was wahnsinnig viel Geld verdient hat. Und wenn man hier von einer Herstellungskette über den Vertrieb bis hin zum Konsumenten eine legale Kette schafft, dann würden große kriminelle Strukturen, sehr brutale Strukturen erheblich an Einfluss, an Macht und an Einkommen verlieren. Könnte ich mir das so vorstellen, dass der Staat dann sagt, der Konsum ist legalisiert, wir produzieren das Zeug jetzt selbst, besteuern das ordentlich, mit dem Geld bauen wir Schulen und bezahlen Bildungspolitik? Das ist eine Streitdiskussion. Ich wurde auch schon gefragt, willst du, dass die Pharmakonzerne jetzt noch mehr verdienen? Jetzt stehe ich zuweilen Pharmakonzernen auch sehr skeptisch gegenüber. Aber wenn ich die Wahl hätte, ob das Heroin, Bayer-Konzern, hat das vielleicht noch irgendwo in den Unterlagen drin, die waren da ja mal ganz aktiv bei. Wenn ich jetzt die Wahl habe, ob der Bayer-Konzern mit der Substanz geregelt nach staatlicher Kontrolle und Auflagen hier die Möglichkeit der Herstellung und des Vertriebs hat, zu ordentlichen Bedingungen auch die entsprechenden Rohstoffe dafür einkaufen muss oder irgendeine Mafia hat das Ganze, dann würde ich mich für Bayer-Konzern entscheiden. So, mit dem schönen Satz jetzt am Ende könnten wir jetzt mal, frage ich mal in die Runde, wie groß das Frage- und Diskussionsbedürfnis ist. Würde dann auch, ich habe mich vorhin ja nicht vollgestellt, mein Name ist Katrin Gerloff, aber das war jetzt einfach vorhin ein bisschen, würde dann auch bei der Diskussion vielleicht an den, so in fünf Minuten, an den Benjamin abgeben, aber ich frage erst mal und gucke mal so, ohne Brille, Fragen, Diskussionsbeiträge zu dem, was, bitte, fang. Ich habe zu erster Linie gedreht, das ist doch davon, warum nicht so ein Jahr. Vielen Dank.